Hallo und herzlich willkommen aus Bahrain Rennen 2013. Ich starte ganz hinten. Dominik vom Platz 9 läuft wieder und ich gehe jetzt auf die Strecke. Kein Bock mehr zu warten. Ich muss in Runde 6 rein, wa? In der Box, glaube ich, war das. Warum machst du bei dir nix? Ey, du bleibst da einfach stehen. Ich bin ja schon draußen. Dann bist du gar nicht. Und jetzt nehme ich meinen Optimalkontroller wieder. Mal gucken, ob ich mit denen fahren kann. Mal gucken. Der ist nämlich halb leer. Und wenn er ausfällt, dann habe ich die Arschkarte. Da bin ich. Und da ist er. Von 22. Hey, es geht los. Oh man, oh man, oh man. Hülkenberg steht neben mir, hinter mir in Guterres. Das ist gut, dass ich ganz hinten starte. Räuft zumindest. Ganz vorwärts Ramm. So, Runde 1 von 14. Geht los. Oh, wenn ich gleich wieder links fahre, ne? Ich bäm's wieder alle weg. Ja, so. Oh, da ist einer hin und rausgefahren. Irgendwo. So, jetzt halte ich mich erstmal hier ein bisschen auf. Und ich wurde gedreht. Oh, der Weber. Ich fahre durch den Weber durch. Oh, da wollen sie noch einen rauskauen hier gerade. Der Weber ist draußen. Und der Grosjean. Ich bin 20. Wie geht denn da? Ich bin da wieder nach vorne geboxt. Weil man mich gedreht hat. Ja, das ist auch immer so rummisch. Ja, das ist auch immer so schwerer sein. Vor mir ist ein KTM. Oh, jetzt bin ich 3. 3. Ich bin 3. Ich bin 19. Alter, 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 Alter. Ich hab den angelutscht, den Van der Garde. I. Ich hab mal Zeit für DS jetzt. Ich bin 8. Ich bin 13. Oh, ey. Komm, Bernd. Zeig mal was. Ich muss wieder so von weitem wieder alles aufwohlen. Ich muss wieder von ganz wenig Jahren. Ja, ich wurde aber gedreht. Oh, mein Auto ist krumm. Autos krumm. Oh, jetzt grünen Strafe. Ja. Diese Erfahre von den Aachen. Geht nicht mehr. Ach, unsportliches Verhalten. Wenn der so langsam fährt, ist das nicht unsportlich. Zylinder auch, ey. Drei Runden rein. Oh, weiter, wir für eine erste Runde, ey. Start hier. Fährt der eine dem anderen hinten drauf. Na, unser innerer Weg. Ach, jetzt sind doch. Echt? Hm. Ein zwölfter. Ich habe gerade drei oder so in der Schikane bei der ersten Kurve geholt. Sag nur mal rotzfrech, ey. Der Hero van der Haare ist jetzt vor mir. Ver viel schneller ein. Na, mehr, ey. Von hell scheiße. Oh, da bist du. Oh, was hast du gemacht? Oh, da geht noch mal ein Heisenkampf bei euch, ey. Nein, nicht wirklich. Da ist ein Rückspiegel geguckt. Oh, ich war hier wieder scheiße. Du bist der Nächste. Ich bin viel zu lange mit den harten Reifen, ne? Ich fahre mit den Weichen. Und ich habe Durchfahrtsstrafe noch. Wären keine Punkte her. Niemals. Wer das die... Ich fahre den aber ganz schön weg, ey. Ich komme da nicht mehr dran, da hinten, ey. Ich komme eher an dich ran. Ja, die anderen ist viel zu schnell, ey. Wie fährst du denn da? Ich bin mal da weggerutscht. Als 37,7, ey. Als 38,4. Wenn du in dieser Runde nicht zu deiner Durchfahrtsstraße kommst, wirst du desqualifiziert. Ja, ja, dann werde ich ihm diesqualifizieren, mir sowas von burscht. Sie wissen, dass wir dich nicht kennen. Ja, ich bin nicht irgendwann, wenn du meine Greenfonds schlafen kommst, wirst du irgendwo und diesbezüglich zu hören, ey. Also, ey. Bis du doch eine Runde. Hm. Hm. Na, erst mit Klasse, zwei Zehntel auf mich aufgeholt. Ah, gibt's doch gar nicht, ey. Ich hasse diese Kurve, und, ey. Ich kann hier nicht fahren. Ich sehe schon wieder. Ich habe die RS. Aber das ist mir weit weg, ey. Das wird ja lustig, ja. Bravo. Ja, wie schön. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Weggedreht. Nicht mehr ernst. Da wie mich auch in Bahrain, wie auch weggedreht. Ich habe nur in dem Stille. Heute ist viel zu viel, ey. Jetzt sind wir alle wieder vorbei. 19er bin ich. Wer bei 20, da hinten. Ey, muss auch noch eine Durchfahrtstrafe, ey. Wie bitter ist das denn, ey. Ich werde auch keine Punkte mitnehmen. Rang 12 ist dann, ey. Hinter mir ist gar keiner mehr. Hinter mir, wie ein bisschen Platz. Gummibir, die sehe ich noch an, ne? Ich würde immer gerne an die Gummik hier rankommen, ey. Also, ey, tatsächlich, ich komme jetzt wirklich dran. Oh, hier sind Teile. Ich frage mich auch, um, wem die sind, ey. Oh, ich kriege den Direktor. Oh, die bin ja bei erster Sonne gefahren, jetzt. Boah, die Reste, ich bin jetzt. Du hast einigen Gummiabrieb aufgesagt. Ich bin aber jetzt, ich kann es eigentlich schon vergessen. Ich bin jetzt richtig gut gefahren. Ich bin jetzt aber in der Endeffekt. Ich werde keine Punkte machen. Offenbar bereitet Katerheim ein Boxenstopper. Ich verdiene die Letzte weg, weil das hat der nicht. Welche sind nicht zu schnell, aber wahrscheinlich wegen meinen Reifenaniert angelutscht sind. Oh, der wäre aber jetzt ausgeschieden. Hä? Echt? Hm, der war hinter mir und jetzt nicht mehr. Ich glaube, der ist der, der nicht reingefahren ist. Ich glaube auch. Ich bin nämlich durch ihn durchgefahren einmal gerade am Start. Das ist so lustig. Ich habe gerade noch, ich habe gerade nur gesehen, wie ein blauer, ich weiß aber nicht, ob das ein Red Bull war. Und zum Beispiel ist dunkelblau. Ich habe nur gesehen, wie der einen hinten draufgefahren ist. Ich bin jetzt 34, 9, vollgefahren, 1,35, 1. Ich denke, wie behämmert oder so. Oh, Werni. Was ist denn mit dir los? Fährst du langsam? Oh, hier liegen Teile. Was, ich kriege keinen DRS, was? Du bist 11, ich bin 18er und ich überhole gerade welche. Ich bin 18er. Ich weiß nicht. Wir sind aber an der Box gefahren. Und ich muss nächste Runde an der Box. Maldonado, ich bin 15er. Ich bin in 6. Runde in der Box. Ja, ich habe doch die Weichen. Achso. Dann hätte ich ja niemals die Zeit fahren können. Ich bin in den 9. Rhein. Ja, du hast auch die Harten. Die Reste ist hinter mir. Also, wenn ihr das passt, wollen auch mal nicht ganz gut. 9,6 hinter Maldonado, ich sehe sie aber schon mehr. 5 Sekunden Vorsprung auf die Reste. 5 Sekunden. Ja, schön, für die 5 Sekunden habe ich jetzt verloren. 5 Sekunden, die Rundenzeiten im Auge behalten. Ach ja. Der ist 1999 online. Die Reste ist direkt hinter mir. Der hat neue Reifen drauf. Die Reste hat der voll verkackt. Ich weiß auch nicht. Der war auf einmal... Das ist der Viertelpferd, ey. Ja, überleg mal. Im Qualifying, im dritten Pferd, der 1,33. Ey, das ist... Ey, wenn das nicht ein bisschen OP ist, ey. Ja, aber richtig. Ganz ehrlich. Und wir fahren noch, und das gibt noch zwei Stufen höher. Von hier an 1,22 hier oder was? Ich weiß nicht. Ich schaue ich als 31 oder sowas. Eine Runde noch, und dann kann ich mir endlich die neuen Harten raufholen. Ja, die Box ist für dich bereit. Kommt diese Runde rein. Ja, die Box kann mir mal ein... Die Strafbewerb zwar eine, aber... Was sollte ich ja machen, ey. Fährt so langsam in die Kurve rein, ey. Nirgendwo überhaupt Platz. So klar, dass ich dir dann irgendwann berühre. Ich bin immer noch nicht weg, die Jungs, ey. Ich zieh dir immer noch, oder? Der Rest fährt so schnell, ey. Aber ich rutsche auch nur hier rum. Jetzt innerhalb von 204 Sekunden aufbauen. Ich habe gar keine Chance, ey. Irgendwie wegzukommen. Ich habe die Reifen sauber fahren. warum soll zu jedem sauber fahren, lass uns überdrehen die Ideallinie, äh, geht nicht Ach, der Vettel hat jetzt die Weicheren draufziehen lassen, dann ist das Leben wird kürzer Ach, der Vettel hat die Weicheren draufziehen lassen, oder? 8 Sekundenhinterminen Ich hab mich ganz schön unter Druck gesetzt, war zwischendurch so, bis ich mich weggedreht hab Oh, jetzt war die erste in der Box Denker, deinen Box zu stopp Da brauchen wir schädigen Frontflügel Fünfter sind die jetzt Die Rest sind 0,8 hinter mir Es war nach Boxen zum Scheinchen Ich meine, alle in der Boxen, ja, sind alle hinter mir Den haben ja alle die Einstaben drauf, oder? Weiß er nicht Zwei ganzer Fehler, ja, jetzt kommt die Ferrari Crew rausgestürmt Ich fahr rein, und los 1 und 2, yeah, und los 5,6 Sekunden Mit Vorrenflügel wechseln Auf jeden Fall bleiben einige hinter mir, glaub ich Ich bin 20er Warten zwei Sekunden hinter mir 20. 21. 21. Geht doch nicht letzter Joyce, 22. Nicht letzter, alles gut Ah, kack, jetzt ging nur der erste, ne? Wo ist der Becker denn dann hin? Sind doch nur 22 Autos Wo der Becker sich dann hingepower hat, ey Jetzt hinter mir, 6er Ja, ja Ein Button, 6er Jetzt hab ich die Harten drauf und Bernier vor mir Ich fahr jetzt immer schneller, ey Ey, der Werner jetzt so langsam, ey Ich kann viel später bremsen, ey Den hol ich mir in der DRS-Zone Der Button ist gleich hinter mir Kacke, wird mir überholen, ne? Oder auch nicht, ey Weil ich viel zu langsam war In der Kurve Kriege ich ihn nicht Vielleicht gibt's dann wenigstens ein bisschen Action hier bei mir Mach nö, ne Sondern die sich bei der Gegenseitig weg Boah Schweigen gehabt, der Vierter, Vierter Vierter Wenigstens gibt's dann ein bisschen Action bei mir, wa Ja Bei dir ist alles ruhig Na ruhig, gerade aber Freunde Wurden zweimal an mir vorbei, Reikon und Button Noch nicht geschafft, denn die haben beide DRS Jetzt müsste ich ihn kriegen Und meine Reifen halt immer noch ganz gut hier Ich hab Bernier Auch Start und Ziel mehr geholt Ach Und da vorne ist Pik Ist das ärgerlich, dass ich mich mit dem hier rumfahren muss, ey Ah, super Ich wär lieber ich weg gegen die Fahne Ein Balkon hinter mir Wer ist vor mir? Button hinter mir Ja Ich bin auch froh, dass du so viel Action hast Du brauchst wenigstens Punkte Eventuell Ja ne, ich muss ja eine nächste Runde in der Box Dann werd ich mich alle überholen Das ist ja schlimmer Was kein DRS Warum denn das nicht? Ich war doch dicht hinter ihn, ey Ich hab ihn sogar berührt Ey Und kriegst du keinen DRS? Noch hab ich ihn berührt? Oh, der funkt aber ganz schön hier Willst du das mal sein lassen? Pff, macht der Druck der Reikönner euch halt immer noch Platz 4 Der funkt gerade was an der Box Mayday, Mayday 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 mein Auto Ich brenne Ja, aber nicht Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl Hintermann mit Standarddrehzahl Der Hintermann mit Standarddrehzahl Standarddrehzahl Ein 37,7 Und den Bianchi hab ich auf der Graben nicht gekriegt, ey So Ich hab mir halt den Reikönner hinter mir Dadurch hast du weniger Abkrieg auf der Vorderachse So Abcenter Ich geh in den Vierten in den Boxen und komm mir schon als 12. raus, ey Oh, das ist voll enttäuschend, ey Ich bin 8. Also so ein bisschen auffall Ne, da sind 4 Stück Und wenn ich 8. rein, theoretisch schon schnell genug bin Hätte auf jeden Fall ein bisschen Speed gehabt, aber nicht zu viel Nein! Was war deine schnellste Runde gewesen? Was war die schnellste Runde? Ich zeig dir der Reikönner Final Sag mal Du musst jetzt rein, war eine Box Ich bin ein 37,7 gefahren Ah, Zehn da Super Elfter Ist denn der Box? Ja, ich bin jetzt dann raus Elfter Dein Vordermann hat die Weichenreifen dort Und Elfter kommen wieder raus, wenn man nimmt das die Feuerwehrrate Elfter Äh, ehrlich Man geht ja eigentlich Jetzt hat die Weichen Sie sofort wenigstens welche Nein Sie sofort die welche Ja Dann überhol den Nein, nicht direkt Sind die gar nicht weggefahren Und dann sind das wieder welche Okay 1,37,1 Irgendwas war gerade mit meinen Reifen Sind ja auch kalt die Reifen Kate hat in der Thundergarde die härteren gegeben, warum? Oh, ich bin ein 17er Warum auch immer Nein, ich bin wieder nix hier, ey Das ist elf Ja, was soll ich denn gerade sagen, ey Die ging da mir wie alt, oder was, ey Nein, sind sie jetzt gerade von einer gerade weg, ey Ich hab den 16er direkt vor mir Aber wenn ich die nicht überholt, dann bin ich schlecht Die Maruschas, ey Ja, das ist nicht Natürlich kein DRS, aber ich bin jetzt nahe an Schildern dran Als 7,37,1 in meiner besten Und ich verbessere die gerade wieder Aber schneller Aber schneller 6,10, mittlere Sektor schneller Aber der weiteren Rundenzeit von 1,50 1,002 Hinterstilten 6 Sekunden bin ich hinter Bordas Wir sind in Sektor 3 Schneller als das Auto vor uns Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen Ich klinge mal auf Z1 und Passat So, DRS 1,36,7 Oh, der Funk wieder Der Schild ein Funk irgendwas SOS Ich hab mich vorbeigequetscht, ey Oder auch noch nicht, er ist noch nebenher Er ist noch nebenher Aber ich hab die Innenlinie, ich hab ihn Wieder bisher? 16 da, wer weiß, direkt vor mir Du legst jetzt auf Platz 16, 16. Platz Ich hab mich an Schilden richtig vorbeigequetscht, ey Ja, dann krieg ich Die anderen krieg ich glaub ich gar nicht mehr Wohl den Bordas, den seh ich noch auf der Karte Ist noch nicht so weit weg So Wer war ist der Nächste, aber den werd ich wahrscheinlich nicht kriegen 16 da werd ich von 10 auf 16 Auch 1,35, 0, ok Weiß zwar nicht wo Oh Weiß zwar nicht wo du die Zeit herholen, aber 7,5 Oh, wer war es? 0,8 auf Gold auf Bordas Aber dann gibt nichts mehr Ah, du Kacke, ey Ja Ja, macht doch Überhol den doch, was ist doch 6 Sekunden weg Ja und? Wir sind nicht mehr dran Da nichts zu heißen Ich kann den Schild nicht wegfahren, ey Ich kann den Schild nicht wegfahren, ey Ich kann den Schild nicht wegfahren, ey So, ich muss den Werber aber aufholen Das ist wichtiger Fett Oh, 5,9 Nur noch Eine Sekunde Gukumara Bordas Ich dachte, es war in 6 Sekunden Ah, ne, ja, ja, insgesamt Ja, 6,9, weil der Zweck und dann weil der 6,9 Und dann Punkt 9 Scheiße, er hat die Kohle wieder verkackt gerade Ich kann diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch sterben kann Okay, ich werde jetzt versuchen, den Abstand zu halten Los, Gringos Ich war gerade auch fett, wa Ich hab nämlich zwei Runden im Plus 5,7 Ich will immer schneller, ey Ja, was heißt schneller? Ja, ich will auf jeden Fall auch Aber nicht genügend wahrscheinlich Weiter nicht Außer der wird jetzt so oft gehalten von den beiden, die da noch vor dem sind 8,3 auf Werber, ey 4,2 auf Schilden Okay, nach hinten habe ich im Moment keine Probleme nach vorne Kriege ich nichts, also Ich fahr für mich ganz alleine 3,4 hinter mir Eine Laterne, eine 1,6 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 2,6 1,5 1,6 2,6 1,6 1,6 1,8 1,9 noch zwei runden 1 da schaffen wir dass er ist mir sicher was ich mache jetzt noch einen fehler wenn er nicht wieder auf 13 ich mach wohl eher noch einen fehler eine fresse im mittelsektor mehr schneller als zwei mal zumindest einen titel schneller und vor sechs sekunden hinter dem aber in erster und letzten sektor verlegt so übel zu viele ja bringe ich versuche es halt nach hause zu bringen ich kann 35 8 acht zehntel auf die bestseite habe ich noch rückstand also so langsam bin ich gar nicht ein 5,4 ich will nur ich will immer nur 0,1 auf auch wenn in der Zeitmessung den Börsen-Morferne er wird er noch verwendet um der Weltmann Spitzenreiter das er am Anfang hat er weggekriegt aber ich gar nicht das war wenn er wohl so Ja, der sich selber weggekriegelt hat. Ich habe keine Chance auf gar nichts mehr. 5,2. Wer bot da nicht irgendwo gegen eine Wand fahre, ne? Ich will jetzt gerade um die Kurve, ich sehe ihn noch. Vielleicht hat einer ja eine Zeitstrafe. Na, als ob. Weißt du doch nicht. Ey, Stahl, boah, wie undankbar. Ja, was soll ich denn sagen, ich bin 16, obwohl ich so schnell bin, ey. Ey, ich bin sogar schnell gefahren, als der Bottas, ey. Ich war schneller als Bottas und Ricciano und, äh, ja. Der Hüftabplatz, ich weiß mich weg. 16, guck mal, was ich gefahren bin. 1,35, 8. Eine Minute habe ich auf den ersten verloren. Vollband, ne, Button 1,35, 0,08. 18, ey, guck mal auf die Hintergrund. Roman Grosjean ist nicht, äh, mit Gefahr mehr. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Die SDNF, ey. Boah. Der hat einen Stahl wieder, ey. Mein, das hat eine Scheiße, ey. Das Fett können wir eigentlich nur abhaken. Und feststellen, dass ich doch gar nicht so langsam war. Ne. 35, 8, ey. Nein, ich muss mich ja wieder... Den Helm habe ich auch nicht. Ja, den sehe ich nicht. Den, ich habe den Weltall. Aber wie viele Dummies habe ich eigentlich? Weiß ich. Vielleicht immer den einzigen und den... Der zieht immer anderen. Ach, komm, den hat immer den Helm auf. Ja. Bei mir ist immer der gleiche. Ich weiß auch nicht, weil ich mal vierteile. Ich war zehn, der Mann. Bis ich gedreht wurde. Natürlich zeigen wir euch auch solche Fail-Rennen. Wir werden das nicht nochmal neu machen. Ne, ich wollte auch nicht neu machen. Du willst mal das neu machen, von daher. Nein. Ja, doch. Außer ich mache richtige Scheiße und damit keine Chance mehr, dann natürlich. Und mal gucken, was wir in Spanien reisen. Ja, gar nichts. Spielen und drum. Alonso Heimspiel, boah. Und der erste Sieg aus der letzten Saison war das. Doppelsieg, ne, weiß ich nicht. Nein. Der Doppelsieg war in Valencia, aber das gibt es ja leider nicht mehr in Valencia hier. Ich steige rein. So. Hör auf zu schreiben. 30% Regenwahrscheinlichkeit. Okay. Drück doch mal X. Wartet. Wir gucken erstmal, wie das aussehen soll. Alles sonnig. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war es dann für Bahrain. Ja. Elfter und 16. Nicht gut. Traurig, traurig. Aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall auf Profi. Runter gehen werden wir wahrscheinlich auch nicht. Das reicht. Aber die sind so OP, ey. Ganz ehrlich. Die KI ist so OP, ey. Da kann man nichts machen. Außer wir haben ein geiles Setup. Normalerweise bin ich ja schnell und er auch. Aber. Sollte nicht sein. Auf jeden Fall sage ich mal, wir sehen uns in Spanien wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Auf der Tribüne, die uns da direkt gegenüber ist. Ja. Ja. Ist. Na egal. Das ist Spanien, ist einer meiner Lieblingsstrecken, muss ich dazu sagen. Katalonia, oder was? Wie nennt's? Hm, Katalonia. Was? Spanien, oder? Ja. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sag mal, bis dann. Hau da rein. Und tschau. Ciao.